Musik 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 Moin Funktioniert Ja Scheint so das ist ein Thema Moment Telefon ein Moment Kinder haben viel zu früh ein Telefon heutzutage gleich auf AD-Niveau gleich auf AD-Niveau also wenn ich jetzt mehr mehr leben hätte, dann würde ich jetzt da hinten die Zombies killen gehen was soll aber nicht Pussy Ich bin am Verrecken Oh mein Gott da ist ein Creeper Jack Norris macht das auch ohne Lebenspunkte ich hab wie gesagt ein Thema dann sag halt Dirk Bach ist tot ach ne ich sag mal ganz was das weiß ja nur schon jeder ich weiß aber es hat sich reiner die Hilfe verbreitet oder? ich find's zwar traurig dass er gestorben ist aber ich find so ein Wirbel drum machen find die auch in Ordnung ich find es tut mir um die Verwandten leid ja 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 das sind Spinnen ich werde da wenn ich bestes Equipment hab mach man hier dann eigentlich gleich mal an Ray also wir haben das Gold noch gar nicht ausgeteilt ja weil gut wir nehmen jetzt noch eine Viertelstunde auf dann machen wir heute mal Schluss ja dann glaube nächste Folge gibt's denn Gold ich hoffe dann sind wir auch mehr hoffe ich mal muss da ein bisschen mit dem selber noch spielen vielleicht bekommen wir das doch noch hin oder wir finden doch noch einen das war das allerbeste oh Enderman Enderman ist außerhalb schnell wegkriechen ich werde das bei mir im Blog Profil auch noch mal posten natürlich yeah fragen wir Sarah Sauber mitmacht wir brauchen so oder so genug Stopp im Moment äh der Rock fragen wir Sarah Sauber mitmacht ja ich glaub das wird schwer ich möchte nicht wissen wie viele spiel einfragen sich da her bekommt viele viele ja warum wohl er ist unbekannt oh ja Zombies vor der Töne hat mich erschreckt ja da guck mal war hier unten ich muss noch kurz besuchen Kakaobohnen äh was hast du schon Kakaobohnen? ja ich war ich bin ja mit ihm gespawnt wofür macht man eigentlich Kakaobohnen? Kekse 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 na gut wir brauchen Kekse wenn wir äh na gut wir haben ja keine weiße Farne deshalb wir kaufen die Kekse ja er müsste aus weißer Wolle eine weiße Fahne bauen das ist die Kapitulationsbedingung aus weißer Wolle eine Fahne aufbauen ok wenn ihr schnell genug seid werde ich ausgelöscht boah ich hätte jetzt grad die perfekte ich wisse jetzt eine Möglichkeit einen Spieler zu bestrafen ich tu mir schnell den Bildmod rein grabe mich runter in den Bedrock bei einem Bedrock Gefängnis und teleportiert ihn zu mir flieg raus macht zu und lasst ihn da drin versauern mein Bedrock kommt da nicht mehr raus das ist doch keine wirkliche Strafe wieso? im Bedrock konnte der machen was soll der im Bedrock denn machen? ja ich mein da gibt er einmal slash da gibt er einmal slash kill ein und schon ist er tot ne kannst du glaub ich jetzt mal erwähnt aber nicht so werde ich weiß wenn man richtig stirbt man selbst ne nur wenn du OP-Rechte hast wenn du slash kill ein gibst du selbst wer probiert es aus? soll ich es ausprobieren? ja mach schon wenn dann das Ding ausprobieren scheiße es hat funktioniert scheiße es hat funktioniert ich habe einen Bogen ich habe einen Bogen ja warte mal gleich noch voll Bob scheiße jetzt wieder am Arsch der Welt ach man ey scheiße nicht im Ernst oder teleportieren gilt nicht oh ey ich habe euch auch teleportiert also jetzt was denn voll und so hast du gesagt das letzte Mal wird mutiert oh ja aber ich warst kein Hähnchen ja ja klar hast du Beweise? ich habe auf einem Zählen natürlich Jomo ich habe einen Bogen wir müssen mein Hühnchen töten ich brauche äh Munition von meinem Bogen sag mich ehrlich gesagt was ich Schneider gerade tut Nase vor den Eiern schaukeln Nase vor den Eiern schaukeln sieht nicht so aus ok äh ich weiß was das ich weiß es gut ich seht jetzt wenn ihr eure wenn wenn ähm ihr unsere Burg seht seht ihr auch das boah das schon eine weiße Fahne oder was? lass mich raten also wenn man dem weiße Fahne sagt dann weiß ich auch nicht mehr hat er hart hat er einen riesen Penis drauf gebaut? hehehehe ne ich seh eure Burg nicht das ist der Scherz na armselig na da ist ne weiße Fahne na da ist ne weiße Fahne hat sie wirklich ne weiße Fahne gehischt hehehehe aus Schnee haha wir werden euch das schon mal Juhu wir haben gewonnen Roks das ist ja Schnee gegangen hehehe hehehe ja das wars auch vom Let's Battle wir haben gewonnen obwohl wir noch nicht mal angefangen haben zu kämpfen hehehehe Kapitulation weil wir sie so eingeschüchtert haben hehehehe uahahahaha warte ist das blöde Nachtende vorbei äh wir könnten das für Betten bauen äh Schneider was soll das? ist das unserrekt halt? haha ui ich mache wieder Zinnenhäpfel Ui ich mach wieder Zinnenhäpfel Ui ZM die Klappe ah ich hab nen Zombie gepult heheheheh das ist der Dasty Witz äh Schneider es ist das was ich denke was es ist was denkst du denn das ist was du denkst? ja das war ich du? war ich bin tot haaah haha haaah Hast du heute schon im Bett gepannt? hast du schon im Bett gepannt? ne konnte ja nicht ich brauch grad nen Bett für uns nice du machst ein bett für uns aber getrennt bitte ja ich versuch's gerade jeder wurde einmal teleportiert oder ja außer ich scheiße nein es wird auch ganz am anfang alter ich hasse es beim letzten block ist meine spitze kaputt gegangen egal ich muss doch nicht werden sonst ist unfair ich musste gar nicht du hast vorhin geschrien das letzte mal was denn ich habe nichts gesagt hast du gar gar nicht ich habe videobeweis ja sie haben wirklich die fleischweiße flagge gehängt ihr habt kapitel ihr habt kapitel ihr die haben gewonnen hast du beweise ja das youtube-video aufnahmen gelten sie nicht aufnahmen gelten die starke ich hab's gerade eingeführt ich glaube du hast noch sand ist eingeführt ok 2 stelle dort kaktus kaputt gemacht kaktus ist wendet kaktus zwei kaktus soviel zum thema keine basisboot machen ich habe auch nicht kaputt gemacht ich habe nur was dazu gebaut kaktus ist dabei entfernt kaktus ist random also ist natur leider guck mal kurz in hamashi Nein guck mal kurz in hamashi Nein doch Nein doch nein doch 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 nein doch doch entscheidet endlich mal leg mich doch am Arsch hier wieder Alter öffne einfach hamashi ist nicht so schwer guck da rein dann kann die Aufnahme vielleicht buggen oder so ach soo Mist wir sind eh ein paar minuten fertig für heute also ich mach noch zimmer noch schnell gut dann sagen wir die Koordinaten ich hab Keks wer ist mal immer davor Aua Aua so hast du die Steine rausgenommen? leider ne warte ich mach grad ab für uns äh X 123 23 hey willst du dein Bett haben? 80 mein Bett ja ok danke und was habt ihr heute gemacht am Feiertag ach ne du ne meins ist das linke für euch ist ja gar kein Wert stimmt ach 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 ja außerdem marschiert es noch mal ein außerdem marschiert es noch mal ein dann haben wir wieder Feiertag geteilt das ja aber dann aber auch die GEMA lässt sich die Regeln können dann aber auch die GEMA nee die Mütze der GEMA gibt es die Nösterreicher auch weiß ich zurück repotiert die interessiertes Brust nicht so hier österreichisch ist nur halb so wild die GEMA gibt es noch nicht doch gibt es nur sie ist nicht so penetrant wie in deutschland wenn du kannst auch nicht die gez mit den typen vom orf vergleiche ich könnte jetzt was sagen aber ich hab dann wird das video gesperrt so was wir dann merken so deswegen wird das video der merkel gesperrt ich sag's euch nach der oder irgend ein witz du ich habe schon ganze battlefield folgen wegen knuffeln zensieren müssen also deswegen sag ich auch nach ja ich nehme der biete zurück oh chaos block sprengen hey schauschreißer ein schneider was wir haben länger geschafft dass du ich zwar 123 okay ich sehe unser dorf ich sehe unser dorf sicher kauf haben geht echt gut der unterdorfen eine runde schon leder für eine ganze rüstung für uns beide ja ja komm für mich in hellen glaube ich ja geschafft eine runde noch kommen wir wollen schaffen ich habe eine runde geschafft eine halb ungefähr genug fleisch fünfte ich war ganz so geil dass wir das und meist rum zu segeln da hätten war ich ja ja jetzt zu früh und vorne hat kommen auf die andere seite aus mehr ja okay ich glaube dann gut dann sage ich noch mal allen danken fürs zuschauen wir beenden jetzt mal unsere season heute machen dann mal wieder anders weiter nicht vergessen abonniert uns liked uns kommentiert uns bis zum nächsten mal ciao